Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßene Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee bekehrt machen. Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt.